Warum fragt er mich einfach mal, ja? Alter, ich gerade Sefirot gesehen habe. Ich hätte ja gefragt gehabt, ob Ruyo sein Vater ist, von Sefirot. Lichtwolf hatte mir da so ein bisschen was dazu gesagt gehabt und ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeforscht nebenbei. Weil mich das jetzt einfach interessiert hat und ich wollte es jetzt endlich wissen. Ruyo ist tatsächlich der Vater von Sefirot. Und was man dazu sagen muss, da hatte Lichtwolf, ich glaube, es falsch formuliert oder weiß es selbst nicht so ganz genau an diesem Punkt. Aber Lucrezia ist eine Mitarbeiterin von Ruyo gewesen. Die hatte aber auch ein bisschen was mit Vincent zu tun. Das erfährt man halt ein bisschen woanders. Das hat er mir aber auch nicht, Wolf, erzählt gehabt, dass sie sich halt für ihn entschieden hat, für Ruyo. Aber, weil Lucrezia soll die Mutter sein von Sefirot. Das stimmt nicht so richtig, denn Genovar ist tatsächlich die Mutter von Sefirot. Lucrezia ist nur die gewesen, die Sefirot ausgetragen hat. Ja, aber auch Bojo ist tatsächlich der Vater von Sefirot. Allerdings gesagt, ich wollte das jetzt endlich wissen und habe da so ein bisschen nachgeforscht. Und... Das ist ein bisschen heftig, ne? Das habe ich nicht so gut gemacht. Oh no. ein reinkauf nach dem anderen Nachgucken. Die wollen wir natürlich erstmal erhöhen, ne? Das ist der richtige Weg. Ja, ist die viel genug? Autsch! Das ist die. Oh, ja! Ein bisschen auf die... Ich ah, wie viele von euch scheiß Viechern denn noch? Da stirbt jemand drin, ne? Nö, geschossen. Man hat ne Tier hier! Wow! Was für'n Betrug! Vielleicht geht sie noch weiter nicht. So, raus hier! So, raus hier! Wieder ne fette Kiste. Irgendwelche sexuellen Experimente da drinne. Mehr dran, okay? Verheil mir doch. Oh! Was hast du für gefühlt? Geht doch die Fresse. Professor? Are you... Wieso muss ich den beschützen? Muss man das nicht knicken? Wäre doch von Vorteil, oder? Wäre doch von Vorteil, oder? Der macht bestimmt gerade irgendwas komisches. Dabei will ich ihn nicht stören. Das ist er. Wüsste Sifirot nicht auf seinen Vater aufpassen? Gut! Du bist sicher! Kannst du bitte kalt? Hey! Das Gebäude ist unter Attack von Genesis. Der Target könnte dich sein, Professor. Und so... Du bist meine Protektion? Insofern, kannst du mit mir kommen, bitte? Hehehehe. 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 Degrading monsters are nothing to fear. Uh, are you... Talking about Genesis? Indeed I am. A memento from a bygone era. When men could deem any unclassified life form an ancient. Unclassified life form? The celestial calamity. Jenova. Uh... You need not know of it. Soldiers duty is not to think. Just follow your orders and protect me. Naja, dann beschützen wir dich einfach mal. Woah! Looks complicated. Einen Knopf ausprobieren. Ja! W-What's that noise? What you just did, was released test sample monsters onto the lower floor. Monsters? Too ferocious to be of any use. I was about to get rid of them. Hehehehe. Such timing. I charge you with their disposal. What, me? Hehehehe. I will tell you something interesting. The detention cells on 67 are being used to store items. The monsters you just released, each hold a key for those items storage cells. Those storage cells may be holding some useful items. Ah, dafür ist es auch umgedacht. If you're interested, try to get the keys from the monsters. However, how you take the keys from the monsters, you'll need to figure out yourself. Honestly, I don't find that very interesting at all. Even if you fail, there is no need for concern. After three minutes, a tranquilizer gas will be released. Did you hear me? If you dispose of the monsters within three minutes, I will not report that. Okay, sounds good. But, tranquilizer gas, you say, is... You won't need to worry if you finish within three minutes. This will be a good test to see if you truly are soldier. Ha 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 ha. He 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 he. Ha 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 ha. Uh. These must be the samples. Hey, where are you going? Whoa, 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 whoa! Wurden die Schlüssel in deren Hintern reingesetzt? in den verwahrungszenten befinden sich gegenstände allerdings sind die türen verschlossen ja das wissen wir ja du musst auch tragen Zehnschlüsse bei sich gelingt es dir sie ihnen zu stehlen kannst du die gegenstände unter den nagel reißen lass mich hier rein da sprach von stehlen mal stehlen ist doch gelb Attacke oh lord oh 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 Du bödes Vieh, halt mal still. Ja, du Intelligenz-Bestion. Oh. 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 Ah, normale Schüssel. Aber selbst das mit Zeit ist gemein. Was ist das denn? Why not, ne? Oh, läuft doch nicht dran vorbei. Die Zeit läuft, weil die hat man nicht die Bewegungskontrolle. Das ist sicher hässig. Gut, es ist offen. Gut, es ist offen. Aber jetzt muss ich noch in den ersten Raum nochmal rein. In jedem waren jetzt drei Kisten drin. Oh, alles leer gemacht. Und jetzt ganz fix zurück. All the monsters are down. And I checked all the cells. Okay, going back. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Professor, cleaning's done. Ah, you disposed of the samples and ransacked every last cell. A good... First rate work. Well, ah, 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 ah. I was able to acquire some intriguing data. The items you picked up are yours. But I locked all the cells once again. Kanto und Loot überlassen. Noch nicht mal im Traum. Er fällt jetzt in so eine Lach-Extase. Darf ich, darf ich jetzt noch mal ein Knöpfchen drücken und eventuell noch welche rauslassen? In der, in der Hoffnung, dass doch Hojo den Kopf abbeißt, auch wenn ich weiß, dass das nicht passieren wird. Aber einfach so, so just for fun. Ich weiß nicht, so mit diesem Brillanten, naja. Ich zeige ihnen die Kraft der nächsten Generation von Soldier-Firsts. Hahaha, das ist die größte Entschuldigung. Nicht verlieren gegen ein paar Projekte zu verabschieden, von einem 2nd-Rate-Scientist. Oh? Na, schau mal, wer ist hier. Hollander sendte dich. Verrückt. Du denkst, dass wenn du zu hollanderst, dass du dein Körper verabschiedst. Ist das alles? Pidig. Nur Pidig, ich sage. Genesis. Hahaha, ein 2nd-Rate-Hack wie Hollander, kann nicht schaukeln. Genesis, das ist genug. Ah, was haben wir hier? Mein Freund, die Fates sind schrecklich. Es gibt keine Tränen. Es gibt keine Ehre. Es gibt keine Ehre. Die Waffe hat sich gehalten. Die Waffe der Gottes. Die ganze Kaste der Hollander-Freak-Show. Shut up, du! Loveless, Act 4. Wo die 2 Freunde sich beherrscht zu einem Duell. Eine Äpfel-Epic. Ich habe ihn gelesen, dachte ich, dass es hilft, meine Forschung zu helfen. Aber... ...pure Dribbel. Wie die Duell endet? Ungewiss. Das letzte Akt ist weg. Und noch nicht zu beherrscht. Es gibt verschiedene Theorie. Es gibt keine Gäste. Die Waffe der Gäste – was ist das Dolmutter-Chek? Für uns, zumindest. Hey! Hold it, Genesis! Come and get it!